und moin leute willkommen zu einer neuen folge von raft und ja mal gucken wie weit wir in dieser folge kommen die falsche richtung so und wir haben genau die falsche richtung erwischt vom winter aber gut man kann ja nicht alles haben von daher schade ist ein bisschen pech aber naja ist halt so also jetzt die frage was machen wir wollten hier glaube ich ein haus in baum dazu brauchen wir aber mehr plastik warte war man wie viel kost eigentlich so verstärkte könnte könnte man ja mal bauen metall bauen oder komm wir probieren es mal so so hier noch mal dann auch noch mal hier zack zack haben wir schon mal ein bisschen fundament rüstung hat schon mal was dann hier hatte ich hier war das so sind wir hier an der seite erst mal in gesichert das heißt mit teilwagen tun wir wieder zurück genauso wie das und das und wir haben ja noch endlich warten okay schrott habe ich daran getan okay so wieder zum standard zurück haben wir eigentlich die beutel wir brauchen nochmal extra kiste verarbeitetes wie viel kosten oder was war schrott und seil okay das haben wir schrott so stellen wir mal eine her so zack warte warte bist du jetzt ja gut ja gut so 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 und hier kommt mal so verarbeitetes mit zahlen natürlich metall zeug rein so ich sag mal ganz praktisch wenn wir das mal ein wenig getrennt haben so so ja lässt sich zeit bis wir da sind aber wir können ja schon mal schlafen vielleicht hat sich bis dann die windrichtung geändert und dann hat sie nicht wäre ja auch zu schön so dann trinken wir erstmal was du noch ein schluck und noch ein schluck so ach hier ist schön warm draußen schneit perfekt das gefällt mir und dann nochmal zack Übrigens bald wird wahrscheinlich ein the forest let's play kommen aber dann ein lp together sag ich mal ich bin gespannt wie das dann wird ja morgen ähm so ach schade kann ich nicht hoch und schau mal hm hm knapp das ist immer kacke wenn man da reinfällt ich glaub Möwen waren gerade noch keinen da schaden was brauchen eigentlich ein fernglas oh zwei leerflaschen was kostet eine oh ne haben wir nicht die ressourcen uns fehlt nicht zum beispiel kunststoff ganz unpraktisch wobei hier können wir schon mal planken rein tun ok steine haben wir hier ähm kunststoff ja meine stimme ist gerade ja wie immer nicht so gut hm so so warte erst mal alles sortieren fehler noch und noch das tier rein haben wir zwei sterbe wieder im leben in der hängenmatte liefert jetzt hat er das nicht gefuttert sondern ja irgendwie war es klar aber das ist nicht schlimm wind hat sich nicht geändert bisher schade wäre ja auch zu schön so oh und 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 ach die musik ist gerade richtig entspannt fast ich kriege ich gerade so perfekt getroffen schaden nichts gutes drin wir brauchen mal mehr plastik das sieht interessant aus da hinten so mal gucken was das da hinten ist kann sein dass gerade keine mögen da sind das sieht sehr interessant aus haben wir noch ein paddel können wir eins bauen das sieht doch schon mal ganz gut aus da werden wir wahrscheinlich auch einen neuen haken brauchen dafür naja mal gucken schön die meere sauber halten vom kunststoff die palmenblätter sind jetzt nicht so wichtig auch geil das sieht doch mal krass aus warte so dann stand ein becher und so da kann es sein dass da tier sind das kann sein das kann sein ich hoffe es obwohl ich hoffe es nicht unbedingt komm hier so seil so und dann fallen wir noch mal ein bisschen mit und dann müssen wir gleich was essen warte ich ich lichte erstmal einen anker bevor wir hier lang laufen und dann zum schluss vorbeitreiben dass er nicht so gut da kommen hier die geflügel schenke haben wir mal drauf da ist ein versunkenes schiff so 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 ok ich denke hier dürfte es so sind wir ein bisschen vom festland entfernt hat sie etwas drauf sein sollte oh pilze und matsch ja das lohnt sich mal die insel so einmal hier rum und dann mal gucken was hier noch gibt ok bisher noch nicht viel vielleicht ist unter wasser ja noch etwas oder boot na mal gucken das heißt gleich erstmal inventar ausleeren oder wasser ist gleich jetzt erstmal inventar ausleeren und dann mal gucken was da gibt so also stein du falsch nein aus 1 2 du zerstörst mir das hier nicht so so hier noch einsammeln dann alles direkt weg also plastik holz palmenblätter tue ich jetzt einfach mal im bauplan zu komm hier kommt die hängenmatte rein und das zeug erstmal glibber kommt hier rein warte ok bauplan habe ich da rein getan wimpelz kommt ach komm ich hier rein das ist ja ein bisschen unordentlich aber gut sind wir ja nicht anders von mir gewohnt tue so zack dann nochmal trinken die andere trinken kriegen wir von melonen von daher 1 so zurück 2 und dann ok ins rottesma hatten wir nicht getrunken so ähm dann ist die frage was gibt es hier im boot ein funkgerät ein funkgerät davon wird ein screenshot gemacht jetzt haben wir musik oder was cool und eine kapitel mützen so die ziehen wir natürlich auch harsch ich weiß nicht was das uns bringt und ich weiß nicht ob wir das noch brauchen oder ob das batterie hat und dementsprechend lasse ich das mal ich wollte gerade sagen was hat der heil vor ok kapitänsmütze und das tun wir rein so Plastik auch Holz auch und dann wieder zurück so dann Schaufel oh Ananas ah hier ein bisschen Schmutz gut den werden wir vermutlich brauchen Stimmen Stimmen Ah sonst ist hier oben aber nichts nur das herr das herr das herr Hilfe kommt zu spät tut mir leid so haben wir hier unten was außer Blumen Ah Melone Ah sonst glaube ich tatsächlich nichts das heißt die Axt schwingen Oh Palmsamen Palmplatte Palmsamen Planke Palmsamen Ah das hat sich bis jetzt doch schon mal gelohnt und auch nicht Palmsamen so Palmsamen Palmplan Planke 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 Kokosnuss Joa Was hast du vor Ja gut Wo ist denn da Oh hier unten ist noch eine Kiste Nein aus Mich kriegst du nicht Was war denn in der Kiste Okay Joa Lässt sich damit arbeiten Toll Jetzt hat er da so ein Pfeil stecken Das ist doch toll Komm Hier Schrott aufnehmen Ah Da hinten war noch ein Palm Kann sein dass ich die übersehen habe Oder ich hier noch nicht war Hier in der Ecke Eben Kann auch sein So Palmplatte Planke Kokosnuss Palmsamen Ich glaube Was ich vielleicht Wohnen könnte Wir haben mal so eine große Wie sag ich Anbaufläche In Anführungszeichen So eine Art Anbaufläche Warte Das kann ich ja auch mal zeigen Ja Wenn ich es finde Ah hier Anbaufläche Aus Jetzt meint er das da angreifen zu müssen Unglaublich Kann sein dass er das hier nicht mehr gebissen kriegt Naja Das könnte ganz praktisch sein Aber gut So Das erstmal Snacken Und die Kokosnüsse auch So Dann natürlich nochmal die Wassermelone Die Brauchen nämlich einfach nur Platz So Da schlafen wir nochmal eine Runde Und Ja Also Ich würde sagen Ähm Das war es aber erstmal hiermit Das ist jetzt zwar Eine etwas kürzere Folge Aber Gut Ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr gerne ein Like da lassen Und ja Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Von Raft wieder Und ja Ciao